Alle Menschen haben kulturelle Rechte, ganz egal wo wir leben oder wie viel Geld wir haben. Wir können frei entscheiden, was wir zum Beispiel gerne in unserer Freizeit machen, an welche Orte wir gehen und wie wir leben. Jede Gesellschaft hat davon eine andere Vorstellung, so wie manche gerne Pizza essen und andere gerne Couscous. Wir alle sind Teil unserer Gesellschaft und tragen zum kulturellen Leben bei. Wenn wir etwas in den sozialen Medien posten, teilen wir unsere Meinung zu einem Thema. Durch unsere Kleidung drücken wir unsere Persönlichkeit aus und zeigen, dass wir zu einer Gruppe gehören. Und wenn wir ins Kino gehen, unterstützen wir die Filmemacherinnen. Das alles und noch viel mehr ist kulturelle Teilhabe. Wir gestalten unsere Gesellschaft und unser Umfeld immer mit, egal was wir tun. Wenn wir zum Beispiel in eine Ausstellung zum Thema Obdachlosigkeit oder LGBTQIA plus gehen, dann setzen wir ein Zeichen, was wir für unsere Gesellschaft wichtig finden. Wir unterstützen dabei auch die Gemeinschaft, die hinter dieser Ausstellung steht. Alle Gruppen unserer Gesellschaft haben das Recht auf einen eigenen kulturellen Raum, den sie für sich gestalten können. Schreiben MusikerInnen Lieder, dann sind sie UrheberInnen. Es ist ihr geistiges Eigentum. Wenn WissenschaftlerInnen Studien veröffentlichen, sind sie auch UrheberInnen. Nutzen wir also ihre Werke, zum Beispiel wenn wir sie auf Social Media teilen oder in einer Präsentation benutzen, müssen wir ihre Namen angeben. Somit schützen wir ihre Werke und unterstützen MusikerInnen und WissenschaftlerInnen in ihrer Arbeit. Aber nicht nur wir tragen Verantwortung. Organisationen und Vereine müssen darauf achten, dass alle die gleichen Chancen haben. Das heißt, dass zum Beispiel alle Menschen Zugang zu Museen, Bibliotheken oder zu Sportplätzen haben. Manche Orte sind mit einem Rollstuhl nicht zugänglich. Manchmal gibt es zum Beispiel keine Übersetzung in Gebärdensprache. Oder es gibt keine Audio-Guides und nicht alle Menschen können lesen. Es ist die Aufgabe von uns allen, Orte und Räume so zu gestalten, dass alle Menschen einen Teil zum kulturellen Leben beitragen können. Die UNESCO, eine UN-Sonderorganisation für die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Kultur, setzt sich intensiv für den Schutz dieser kulturellen Rechte ein.